Kaulasana ist die Stellung der Kaulas. Kaula ist die Bezeichnung einer bestimmten Gruppe von Verehrern der Shakti. Kaula bezieht sich manchmal auch auf die Familie. In einer Hatha-Yoga-Schrift wird Kaulasana erwähnt. Leider wird nicht beschrieben, was Kaulasana wirklich ist. Und mir fällt auch nicht wirklich etwas ein. Und so können wir einfach sagen, Kaulasana heißt die innere Einstellung. Wir sind alle Angehörige der Familie der Göttin. Asana heißt ja nicht nur Körperstellung, sondern auch innere Einstellung. Kultiviere die Kaulasana-Einstellung. Die ganze Menschheit und die ganze Schöpfung ist eine große Familie.